So, tschachilnasenbären und herzlich willkommen zu unserem Konvoi. Ja, da das jetzt ein bisschen gebackt hat, das Game, musste ich mich jetzt nach Osnabrück beamen. So, ich begrüße jetzt mal unseren Leader in Willi. Und in Felix. Dann in Homeboy. Ja, und ich begrüße jetzt einfach mal euch alle im TS, weil ich ja nicht auf den TS gucken kann, wer alles drauf ist. Ja, wir mussten jetzt das ein bisschen anders machen, weil das Game ein wenig rumgepackt hat und alles. Und ich daher auch jetzt seit eben in Osnabrück bin. Wir fahren jetzt gemütlich an die Autobahn und da müssen wir dann langsam fahren und da holen wir uns die Kollegen dann ein. Und dann fahren wir zusammen noch restlich nach Felixthau. Ja, ich weiß, ich bin in Osnabrück. So, ja Leute, wir müssen jetzt mal zur Autobahn. Und ich bin in Osnabrück. Ich fass von Osnabrück auf die Autobahn. 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 Ja, liebe Leute, das war der Gelb, bei den ich jetzt ins Innene dürfte. Äg, þeir ringun var svo ofta mefn. Voll die Konvoi-Zusammenführung, weil ich häng auch in einem Konvoi-Grad, das ist voll geil, man. Jetzt kommt das Riesending hier, Alter. Das ist ein Mann und das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Der hat sich das Schiff. Das ist ein Schiff. Allgert geradet ausgefahren, er. Allgert er gerade ausgefahren, er. Allgert er, ähm, Karl-Uxsons? Allgert er, ähm, Kolonet deklar er til uns? 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 Ey, wie viele Leute sind denn das Alter? Was? Jaja, hörst du was? Kranker Mist. Leute, ich richte rein 50 Leute in einem Konvoi, Leute. Wir müssen da eh neue Konvois planen. Jo, mach ma auch. BZW Autobahn. Da ist der Weihnachtsmann. Ich richte rein. Ich richte rein. Wir müssen da, wie viele Leute sind. Wir müssen da, wie viele Leute sind. Willi, hast du mich auf dem Schirm? Petter backt einer in Boden. Acht sich! Acht sich! Also Humboldt bin ich jetzt schon, also ich müsste dich jetzt weiter hübschen, Billy. Ich fahr jetzt extra ein wenig vor, damit ich ein wenig näher komm. Aber es passt logischerweise auch auf, dass ich nicht den Konvoi treu, sondern ich überwinde, dass die Leute mal sehen, was das für ein riesen Ding ist, ey. Ja, ist Aufnahme. Ja. 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 Okay. Next door. Okay, bin ich dann noch weit von dir entfernt. Der fährt hier voll rüber. Nein, alter. Bist du das mit dem Auto? Bist du das mit dem Auto? Nein, der Burs sagt, glaube ich. Bist du das mit Auto? Hvað tryggst það? Bist du das mit Auto? Bist du das mit Auto? Bist du das mit Auto? Vielen Dank. Ja, ich bin, äh, ich hab jetzt, hab ich euch jetzt eigentlich alle? Ich bin hinter Maximus. Felix, bist du weit weg von Maximus? Willi. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ja, Leute. Das war bloß Begrüßung für den Security von uns. 340 bem, plýð. Hvað var í fann? Ná, þú spursum. Ég fyrir þessi luft. Við víktu á ég. Hvað var í fór? Hvað var í fór? Hvað var í fór? muss. Das war ich, weil der andere ist stehen geblieben und habe ich den überholt. So, jetzt haben wir alle, jetzt habe ich mal den ganzen Konroli drauf auf der Folge. Glaube ich zumindest einmal so. Jo, ja mache ich. Konroli schaut mal ganz gut aus von der Karte her bei mir. Mein Mot ist besser mit ein Euro brosstück. Warte, ich seß net, ich überhole dich, damit ich das im Spiegel sehe. Warte. Kommt vorne, vorne, was? Das ist wirklich schön. Sag mal, wie habe ich dich erzählt? Ja, auf, wieder an oder nach vorne. Ist es interessant, wenn etwas da rauskommt? Ich gehe hier auf. Also, ich habe mal Schwitzen gewesen, dass es sich die Sandkirche oder was? Mach mal, fahr mal ein wenig näher, fahr mal näher. Ist doch eine Zeit. Hä, wo sind die Rundumleuchten? Warte, ich ziehe rüber, ich ziehe rüber auf die andere Spur. Müssen wir später machen, ist zu gefährlich so. Nee, ist zu gefährlich, weil ich muss ja nach hinten schauen. Fahr vorbei. Was war das jetzt? Solche Idioten, Mann, was machen die? Ja, Leute, ich bedanke mich beim Zuschauen bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Danke und tschüss.